So Leute, willkommen zu Episode 2 vor dem Portal. Jetzt gehts weiter mit KMH14. Ne? Jetzt gehts weiter mit KMH14. Aha. Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten, daraufhin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Sie sind ein paar vorhanden Deckkarten. Ja! Mega-messlich! So. Ah, scheiße. So. Merken wird, habe ich blau hin geschossen und ja, jetzt muss ich hier gleich den, den gelben hinschießen. Wirklich. Sehr. Gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Und das war's ja schon. Ja, haha. Wow. So. So. So, weiter geht's. Jetzt ist es noch 15 Uhr. Ach, für Scheiße. Oh, na. Ich erinnere mich. Oh, das ist hier auch noch. Das ist jetzt nicht. Warte mal, was? So, zack. Habt ihr gesehen, Leute, so einfach geht das. Leute, wenn ich die RTX-Vision von Portal, Lesben, so lacht das mal bitte, ne? So. Oh, Scheiße, mir dreist Mist. Das darf doch nicht. Ach, du Scheiße. Das war noch das Nächste. Wuh, geschafft. Okay. 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 Oh, ich hab schon geschafft! Ha, 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 wie geil! Das gibt's ja gerade, na perfekt, hat sogar schon so funktioniert. Ob schon sofort irgendetwas geschafft werden muss, na perfekt, wer sagt's denn? Na dann! Das war schon, yeah! Megamäßig, yeah! Ach ja, genau, ich erinnere mich schon wieder. Nee, warte. Erst muss ich hier hin. Ich meine, erst muss ich hier hin. So, Moment. Äh, Moment. Zack! Zack noch, das war's! Wissen Sie, dass Sie die Mädchen selbstwert froh von Aperture Science 1 oder alle ihre Organe spenden können? Ganz recht! Ich lasse hier rund spielen, Leute, ohne Probleme. Zack, 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 zack. Megamäßig! Ja! 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 Wartet ab, Leute, das waren noch lange, das wird noch heftig, ja gleich. Hohohoho! So, Kammer! Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten, steht die Kammer für diese Testfest derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Ja, komm, hör auf zusammen da! Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Aha, hier sind wir jetzt, ja. Hey! Suche! Wo bist du? Gute Nacht! Nicht! Suche! Hallo! Oh! Hey! Zasadzion, что ли, ha? Ja, hier, Papa, wir uns zasadranken. Bitte, lass mich runter! Oh! Schmischen! Wieso? Könnten Sie... Hey! Willkommen! Noch jemand da? Jetzt geht ihr nichts an! Hoine! Ufff, fella! Ufff, fella! Da bist du! Ah, 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 ah! Ich verzeihe dir! Noch jemand da? Ah, 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 ah! What the? Mächtig großer Fehler, Kollege! Ruhe! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ich finde hier nicht böse! Was? Hä? Oh, scheiße! Was soll das? Ja.. Ahh, fuhrer, ha? Ah! Aak,あと... 다시 he�, ha? начала! wha? Graktion! Wo habe ich den gescheit? Noch einmal nicht, hast du verstanden? Wunderbar! Fischkirchen! Au! Alter! Ihr Halles wohl im Kopf, wa? Deswegen! Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androiden-Hölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Ich hau hier gleich rein, ja? Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiter-Crobus in 3, 2, 1... Au! Ach das wieder, oh nein! Ich erinnere mich! Du Scheiße! Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center-Tests sind aber, glaube, sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter-Crobus nie drohen wird, sie zu erstechen, und gar nicht sprechen... ... 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 Gibt's doch gar nichts. Oh, ein Mistau. Das kann nicht wahr sein. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Ein beschissener Mist. Das kann nicht wahr sein. Ah, guckt mal am Fahnenkreuzer. Seht ihr das? Dann können wir sehen, welches wir gerade eingesetzt haben. Das Engagement Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Meine Fresse, er ist schon zweimal jetzt, schon dreimal jetzt nicht wie gestorben. Oh, gibt's doch Neue, was Versuch. Waaah fuck doch mal an ja ne endlich mal geht er so zack zack so zack zack oh zack jawohl ah nein die Kubus müssen wir noch mitnehmen welche Trottel das Ding müssen wir hier mitnehmen wobei das wir gleich wegschmeißen müssen ach man hey fast vergossen vergessen ach so ich weiß nicht wie wir sterben schläfst auch so geschafft der gewichtete Begleiter Kubus hat ihnen wirklich Glück gebracht ach so er kann sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten bitte bringen sie ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenz und Verbrennung sie haben ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher herzlichen Glückwunsch das Experiment nähert sich seinem Ende 18 das Enrichment Center gibt ihnen folgenden Hinweis sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen das war dämlich das war dämlich das war dämlich so dumm kann man doch wohl nicht sein Mensch das Enrichment Center gibt ihnen folgenden Hinweis sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen das heißt ich so dämlich weil das gibt es einfach nicht aha ne 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 Moment mal ne 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 Quatsch koch Nejin quatsch Boah hier von da komme ich ja Mensch hier muss ich jetzt hin oder Nein gar nicht hier ist nichts Richtige so nein nein Leute mein Schterz nein 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 es Wir müssen natürlich... Äh... Ah! Was?! Uch du Scheiße! Na! Was war das für ein Blödsinn?! Das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, Mensch! Kann nicht wahr, so eine Scheißau! Äh... Äh, was... Ach, ja, also, geht er! Aha! Ach, so, Scheiße, sind wir schon hier, ja? Äh... Äh... Äh, äh... Dajitit! Vajunas Raj! Ha! Ua, das kriegst doch nicht! Was? Äh... Dajitit! Vajunas Raj! Ha! 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 Meine Fresse, ey! Uuuuhhh... Uuuuhhh... Uuuhhhh... Uh EUH NIIIII... Nuah... Spiecht! Aaaaaa! Haha, na ben szaksen egyit a hamás-tal! H Aaaaah! Aaaaah! Geht ihr, deine Scheine? Uuuuh, das ist schwierig... Scheiße! Achtung, erst mal, Quatsch, Sack! Nei, was ist denn ein Achtung? Warte, was ist denn? Ehhh, warte, wie? Bist du noch kurz... Achso, Moment! Ja, jetzt ist es wieder. Jetzt habe ich schon wieder. Sorry Leute, fast vergessen, wie das habe ich schon wieder. Also, sacks und sacks... Boah, das geht's doch wohl nicht! Das kann's doch wohl jetzt nicht sein, oder? Achso, ja, ja, Moment. So, schnell, 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 zack, komm, 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 komm! Hatsch, 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 hatsch... Oh, jetzt sind wir so, wie zämmt, so tun! Nn-n-n, alle hier! Anni-99-Ast! Was? Jetzt hau ich euch an den Schienen und ich saß euch! Jetzt ist vorbei für euch! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Zack schnell! So! Oh Mist! Aller weg! Perfekt! So! So! Ja! Das Kerl! Oh Scheiße! Das Kerl! Nee! Nicht zu spät! Nochmal zurück! Fuck! Merken! Das Kerl! Ach Scheiße! Schon wieder verschissen! Wieder versaut! Meine Fresse ey! Ahhhh! So! Nee! Oh! Das kann nicht sein! Nochmal! Schon so lange? Schon soweit ist das? So jetzt aber! Zack! Zack! Da haben wir das! Ha 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 ha! Perfectly! Ja! Na, was Zack steht! Ah, ich glaube der Spiel ist auch gleich schon durch, stimmt. Ich glaube wir sind auch gleich schon durch. Das heißt, ich weiß gleich noch, ich kriege den finalen Partner, warte auch schon. Zack. Jawohl. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Okay, und. Are you ready? Zack. Zack. Ey, ey, ey. Mist, nochmal. Ich konnte leider nicht mehr passend reagieren. Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Lassen Sie die eben noch sabbeln da. Und bis zur nächsten, bis zur nächsten Kamalow fahren und dann ist gut. Also wie gesagt, ich danke euch für's Zuschauen, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Bye.